Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir einfach mal ganz kurz gucken, was eigentlich Zufall oder wie wir Zufall generieren können. Und das ist super einfach gemacht in Kotlin, aber warum brauchen wir das? Nun ja, wir werden ja demnächst ein kleines Übungsprojekt schreiben und wie gesagt, Zufall benutze ich eigentlich ganz gerne, denn Zufall macht ein Spiel erst abwechslungsreich. Ohne Zufall habt ihr immer dasselbe von vorne bis hinten durchgeskriptet. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass das vielleicht nicht ganz so spannend wird, okay? Und ja, deswegen wollen wir natürlich hier mit Zufall arbeiten und das machen wir mit einer kleinen Variable, die nennen wir einfach mal Random, nennen wir sie Random Number, okay? Weil es ist nur eine einzige Number oder eine einzige Zahl und was wir jetzt machen ist, wir haben eine Liste beziehungsweise ein Array aus Zahlen, sagen wir mal von 42 bis 1337. Ihr kennt diese Schreibweise hier aus meinen früheren Videos, das produziert euch quasi einfach genau das. Und daraus wollen wir jetzt eine Zahl zufällig rausziehen und das machen wir mit Random. So, und anschließend können wir einfach hier diese Random Number einfach mal ausgeben. Und das war es auch schon. Damit haben wir eine zufällige Zahl, äh ja, genau, ne, Print Line. Oh, es hat trotzdem verstanden, was ich wollte. Also Print Line, ähm, Random Number. Das heißt, diese zufällige Zahl, die wir hier zufällig aus diesem Ding rausgezogen haben, ist in diesem Fall jetzt 815. Und selbstverständlich ist es jedes Mal was anderes, nämlich hier 920 und so weiter und so fort. Mal gucken, dass wir jetzt bekommen 143. Ja, ihr seht also, diese Zahl ist immer in diesem Bereich drin, aber eben zufällig. Und so könnt ihr das natürlich sagen. Ähm, es muss natürlich auch nicht irgendwie so ein Array sein, sondern ihr könnt einfach so ein Array nehmen, aus dem ihr dann ein zufälliges Element rauszieht. Und das ist ziemlich cool, ähm, und kann sehr, sehr angenehm sein. So, ähm, warum zeige ich euch jetzt diese Art und Weise? Es gibt auch noch tatsächlich mehrere Arten und Weisen in Kotlin, wie man auch hier Zufall ziehen kann. Ganz einfach, weil das hier die Variante ist, die auch wirklich bei allen Kotlin-Weisen, also es gibt ja mehrere Arten von Kotlin, ja. Es gibt Kotlin Native, es gibt das normale Kotlin, es gibt, ähm, Kotlin JavaScript, Kotlin Java eben, ähm, und dann gibt es noch weitere Varianten sozusagen. Und dieses Punkt Random funktioniert eben bei jeder Variante, deswegen würde ich euch einfach empfehlen, das zu verwenden, denn es ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme und elegante Weise, sich eine zufällige Zahl zu besorgen. Cool, das war es auch schon wieder für dieses Video und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.